Der Veranstaltungsbereich, das ist quasi unser Thema, unser Schwerpunkt und genau aus dem Grund brauchen wir dich. Das heißt mehr oder weniger, wir suchen Mitarbeiter fürs Wochenende, die uns Freitag, Samstag, Sonntag bei den Veranstaltungen unterstützen. Man muss quasi Gastronomie nicht gelernt haben, sondern das Wichtigste ist, man braucht Freude dazu. Es muss da praktisch dauernd, dass du sagst, hey, mir macht es Spaß, dass ich da mit Leuten zusammenarbeite, dass ich da in der Gastronomie arbeite und dass ich mit der Kommunikation. Das ist eigentlich einmal das Wichtigste, was das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter ist, die bei uns arbeiten möchten.